Du willst glücklich sein? Na dann hoffe ich für dich, dass du extrovertiert bist. Denn Introvertierte haben ganz eindeutig Nachteile im Leben. Aber, aber keine Sorge. So unglaublich viele Artikel und YouTube-Videos drehen sich ja darum, dass Introvertiertsein gar nicht so schlimm ist. Und versprochen, Introvertierte können auch glücklich werden, wenn sie es nur wollen und sich genug anstrengen. Ich glaube, wer so denkt, der kann auch nicht glücklich werden, denn wir sprechen gar nicht darüber, was Glück überhaupt bedeutet. Es ist kein Maßstab für Gesundheit, sich gut an eine zutiefst kranke Gesellschaft anzupassen. Die Grundidee ist ja, dass wir besser in die Gesellschaft passen wollen, um an ihr teilzuhaben und beliebt und oder erfolgreich zu sein. Und das hat dann positive Effekte auf unser Glücksempfinden. Aber diese ach so tolle Gesellschaft, an die wir uns anpassen sollen, ist die nicht eigentlich ganz schön verdorben? Verbringen wir nicht alle tagtäglich Zeit mit sinnlosen Online-Streits? Oder mit verzweifelten Versuchen, mal positive Nachrichtenmeldungen zu finden? Oder damit alles so weit es geht abzuschalten, dass wir eben nicht noch mehr Gesellschaft abbekommen? Also ganz ehrlich, wenn du glaubst, dass Menschen alle total super sind und wir uns als Gesellschaft gerade in die richtige Richtung entwickeln, dann verstehe ich absolut, dass du vollumfänglich daran teilhaben möchtest und dein Glück auch somit darin liegt, möglichst gut Anschluss zu finden und Erwartungen zu erfüllen. Aber der Rest von uns? Ich finde, wir müssen nicht nur hinterfragen, welche typisch introvertierten Eigenschaften vorteilhaft sind und welche nachteilhaft. Wir müssen auch hinterfragen, ob der Preis nicht zu hoch ist, den wir zahlen müssen, um normal zu wirken. Normal, also der Norm entsprechend, Standard, durchschnittlich, gewöhnlich, typisch. Das negative Feedback, das wir heutzutage bekommen, weil wir nicht das Rampenlicht suchen, uns nicht über Wert verkaufen wollen und nicht mit jedermann Kontakt erwarten, macht viele von uns unglücklich. Ergo müssen wir nur positive Erfahrungen sammeln, nicht wahr? Und das gelingt, indem wir uns verändern und anpassen, nicht wahr? Wo sind denn die Studien, die untersuchen, wie sich die Zufriedenheit von Introvertierten langfristig entwickelt, wenn sie von ihrem Umfeld akzeptiert werden? Wann schauen wir denn endlich mal darauf, ob Introvertierte nicht auf Anhieb offener und selbstbewusster wirken, wenn sie sich im richtigen Umfeld befinden? Wann hinterfragen wir endlich, ob introvertierte Menschen sich ihre Vorteile in der Gesellschaft wirklich erarbeiten müssen, wenn die Gesellschaft doch aktuell so vor die Hunde geht? Wir fordern echt von Introvertierten, dass sie sich an die Gesellschaft anpassen, die wir alle eigentlich als ziemlich traurig und unglücklich wahrnehmen. Und dann versprechen wir ihnen Glück. Ich kenne viele introvertierte Menschen, die gar nicht so sehr darauf aus sind, ständig und jederzeit glücklich zu sein. Viele Introvertierte wollen eigentlich ganz andere Dinge im Leben haben und sein. Genug Zeit für sich, Gesundheit, Akzeptanz ihres Umfelds, möglichst wenig Stress. Wenn sie das bekommen, springen sie nicht wie ein junges Reh über das Feld und pupsen Regenbögen. Sie fühlen sich einfach zufrieden. Der Weg von Unzufrieden zu Zufrieden wird für die allermeisten Introvertierten über Selbstbetrachtung, Prioritäten setzen und Grenzen bestimmt. Klar kann dabei ein Faktor sein, auch soziale Beziehungen zu erweitern und sich in Gesprächen selbstbewusster zu zeigen und vor Leuten zu sprechen können und sich mit Veränderung wohlzufühlen und und und. Aber ich befürchte, dass aktuell zu viele Introvertierte aufgrund der ständigen Fehlermeldung vor ihrer Nase glauben. Sie müssten erst besser in die Gesellschaft passen und dann würden Glück und Zufriedenheit schon nachfolgen. Die Wissenschaft sagt, dass introvertierte Menschen mehr graue Substanz im Hirn haben, die auch zu mehr Denkaktivitäten führt. Außerdem verarbeiten introvertierte Reize anders. Sie empfinden sie direkter, ungefilterter, weshalb sie mehr Erschöpfung auslösen. Die Wissenschaft sagt auch, dass wir soziale Bindungen brauchen, um glücklich und zufrieden zu sein. Nun muss das beides zusammen aber doch nicht heißen, dass Introvertierte ihr Glück nur finden können, wenn sie soziale Interaktionen lieben lernen und einwandfrei meistern. Für mich scheint es eher so, als wären wir sogar schneller glücklich und zufrieden. Und zwar in dem Moment, in dem uns Reize nicht überfordern und wir unsere erhöhten Denklaufbahnen mit den Dingen besetzen können, die uns Freude bereiten oder entspannen. Wir brauchen oft weniger soziale Kontakte, weniger Aufregung. Also warum zur Hölle sagt uns jeder, dass wir mehr machen müssen, mehr wie die Extrovertierten sein müssen. Weil die Gesellschaft das so will. Was übrigens auch etwas ist, wo Wissenschaftler ansetzen. Nur können sie schwer bestimmen, wie hoch der Einfluss der sozialen Erwünschtheit aktuell ist. Und somit bleibt auch die Frage offen, ob sich Unterschiede in Glück und Zufriedenheit auflösen oder gar umkehren, wenn typisch introvertierte Verhaltensweisen belohnt werden. Aber drehen wir das Spielchen doch mal um. Extrovertierte Menschen brauchen viel soziale Stimulation, um glücklich und zufrieden zu sein. Aber Zeit allein zu verbringen, zu meditieren oder eine Sinnsuche ohne Ablenkungen zu starten, hat ja viele Vorteile. Man stelle sich vor, wir würden jetzt den Extrovertierten wieder und wieder sagen, sie müssten ganz dringend aufhören unter Menschen zu gehen. Auf ihre natürlichen Bedürfnisse sollen sie nicht hören, denn das bringt sie ja nicht weiter im Leben. Ab sofort findet sich Glück nur noch in Stille, Einzelgespräche mit den wichtigsten Menschen des eigenen Lebens, in Auszeiten vom Lärm der Moderne und im vielen Nachdenken über nahezu alles und jeden. Denk dran, Meditation, Ruhe und Selbstfindung sind nachweislich Dinge, die uns glücklicher machen können. Genau wie viele soziale Kontakte, Offenheit und Risikobereitschaft. Stecken wir die Extrovertierten aber in das introvertierte Kostüm, werden sie vielleicht Vorteile genießen, aber glücklich und zufrieden sein? Nein, da fehlt ihnen was. Nämlich die Stimulation und die Aufregung. Und stecken wir Introvertierte in das extrovertierte Kostüm, dann fehlen ihnen die Ruhe und die Besinnung auf das Wesentliche. Unsere Definition von Glück hängt an so vielen Dingen. Geld, Aussehen, Followerzahl, Freunde, Familie, Berufsaussichten, Zukunftsängste, Zukunftshoffnung. Also wonach fragen wir eigentlich, wenn wir mit Introvertierten sprechen und von ihnen wissen wollen, ob sie glücklich sind? Ich weiß, dass ich hier nicht auflösen kann, dass in der Arbeitswelt und auch im Privatleben viel Gegenwind bläst, wenn wir nicht nach den Extrovertierten Regeln spielen. Ich kann die Nachteile ja nicht wegreden. Aber es nervt einfach, wenn so viel rund um Introvertierte negativ angehaucht ist. Ganz besonders, weil so viele Introvertierte längst zufrieden und teilweise auch glücklich sind. Zum einen, weil wir eben nicht alle gleich ticken. Manch einer spielt nach den Extrovertierten Regeln und gewinnt. Gut für euch. Aber zum anderen ist es eben auch einfach so, dass die wichtigste Erkenntnis für diejenigen, die von der Norm abweichen ist, dass sie es selbst in der Hand haben, was sie als nächstes tun. Und ich für meinen Teil entscheide, dass die Definition von glücklich, die alle anderen so haben, für mich nicht gilt. Ich bin schon froh, wenn manchmal einfach kein Stress ist. Weil eine gute Nachricht ins Haus flattert. Es meinen Freunden und meiner Familie gut geht. Na klar ist das im Vergleich zu super sozialen Alleskönnern einfach nur traurig. Von außen zumindest. Aber wenn mein Gehirn so viel mehr Lärm erzeugt als das von vielen anderen und ich Reize nicht so gut filtern kann, dann ist die Lösung für die Frage nach einem guten Leben vielleicht einfach, langweilig zu leben. Weil langweilig eben ein schöner Zustand ist für jemanden, den die moderne Gesellschaft hauptsächlich anstrengt. Das mag jetzt eines der größten Klischees überhaupt sein, aber jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Und für ganz, ganz viele Introvertierte wird das heißen, erst einmal einen Weg zu finden, im Alltag mit den eigenen Bedürfnissen klarzukommen. Daraus entwickelt sich ein gewisses Selbstbewusstsein und somit auch Widerstandsfähigkeit gegen Stress. Das Glück lauert also nicht in aufgezwungenem extrovertierten Verhalten. Und wir sind auch nicht verpflichtet, uns bis zur Unkenntlichkeit anzupassen. Denn das wird doch eher noch das Gefühl bestärken, dass mit uns von Natur aus etwas nicht stimmt. Und vielleicht müssen wir einfach aufhören, Glück mit Momenten und Verhaltensweisen zu verbinden und stattdessen Zufriedenheit in den Vordergrund rücken. Extrovertierten hilft nahezu jede Form von sozialer Stimulation. Es gibt natürlich mal Ausnahmen, wenn sie streiten oder schlecht behandelt werden. Aber ist es nicht logisch, dass solche Menschen Glücklichsein damit verbinden, wie gut sie sich in einem Moment fühlen? Sie hangeln sich ja täglich von einem zum nächsten. Wie sinnvoll ist es zu messen, wie glücklich wir temporär sind, wenn die Grundlage für unsere Zufriedenheit eigentlich in der publisch-einfachen Alltagsgestaltung liegt? Ich habe echt Angst, dass wir uns einreden, wir müssten auf die gleiche Art glücklich sein wie alle anderen. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, an dem ich mir denke, wenn Studien sagen, dass Extrovertierte gemeinhin glücklicher sind als Introvertierte, ja, dann ist das okay. Und eine Sache noch zum Abschluss, die nur jetzt erwähnt werden kann. Denn hätte ich das zum Einstieg gesagt, dann hätte ich alles doppelt und dreifach relativieren müssen. Ja, introvertiert zu sein hat einen enormen Einfluss auf unser Leben. Wirklich, das darf nicht kleingeredet werden. Aber wir sind doch so viele andere Dinge. Unsere Erfahrungen, Neigungen, Wünsche, Prioritäten, unsere Art zu denken, all das beeinflusst uns doch auch. Und somit ist auch nicht klar zu sagen, was uns glücklich macht. Oder ob wir überhaupt glücklich sein können. Dopamin-Level unterscheiden sich, Lebensumstände auch. Kindheitserfahrungen beeinflussen uns enorm. Und ja, wenn mich ein Wissenschaftler fragt, ob ich durch typisch extrovertierte Verhaltensweisen kurzfristig glücklicher bin, wird die Antwort oft Ja lauten. Denn oft geht es in Experimenten darum, mehr zu lächeln, jemandem mal einen schönen Tag zu wünschen oder Unsicherheiten zu überwinden. Für die Situation, in denen ich eh schon unter Leute gehe, ist das definitiv der bessere Ansatz im Vergleich zu Fresseziehen und Verstecken oder nicht. Ich glaube, das wissen die meisten von uns aber auch schon. Aber dieser positive Effekt hält sich auch in Grenzen, wenn ich mich jetzt dazu zwinge, sozialer zu sein. Ich bin sozial nicht gehemmt. Ich meide Menschen nicht, weil ich ängstlich bin. Also muss ich halt auch nichts überwinden. Natürlich ist der Effekt von mehr sozialen Kontakten ein ganz anderer, wenn wir mit Unsicherheit oder gar Ängsten zu kämpfen haben. Das ist ja ein Mangelzustand in Form von Unsicherheit. Und der wird mit positiven Erfahrungen behandelt. Introvertiert heißt aber nicht schüchtern oder ängstlich. Das sind oft erlernte Eigenschaften und Verhaltensweisen. Erlernt wodurch? Naja, durch negatives gesellschaftliches Feedback. Also wie hoch ist der Anteil von Introvertierten an allen möglichen Befragungen und Studien, die erst einmal über die Angst vor Ablehnung hinwegkommen müssen und dadurch extrem positive Erfahrungen machen, die super Studienergebnisse kreieren? Wie würden dieselben Studien aussehen, wenn sie ausschließlich selbstbewusste Introvertierte betrachten? Nur nach Introvertiert und Extrovertiert zu unterscheiden und dabei meist auch noch zu ignorieren, dass es sich um ein Spektrum handelt, bei dem sich viele irgendwo in der Mitte einordnen würden, ist immer zu kurz gedacht. Aber weil Menschen wie ich gerne helfen wollen, legen wir den Fokus eben auf die introvertierte Natur. Und weil Journalisten gerne mehr Verständnis verbreiten wollen, stellen sie die Glücksfrage. Und weil Wissenschaftler Erkenntnisse gewinnen wollen, müssen sie in Kategorien denken. Nur führt das dann leider dazu, dass wir ständig an Standards gemessen werden, die vielleicht gar nicht zu uns passen. Die ganze Diskussion darum, wie Introvertierte glücklich sein können, ist immer zu kurz gedacht. Das gilt auch für dieses Video hier. Weil wir eigentlich die Gesellschaft genauso unter die Lupe nehmen müssten, wie persönliche Lebensumstände, unsere Gehirnsstruktur, unsere Erfahrungen. Ach, weißt du was, das hast du jetzt auch verstanden. Und hoffentlich lasse ich dich mit dem Gefühl zurück, dass Glücksvergleiche immer mangelhaft sind. Glück ist relativ und somit wird es auch nie für alle gleich aussehen. Nicht für alle Menschen, nicht für alle Frauen, nicht für alle Männer, nicht für alle Rentner, nicht für alle Kinder, nicht für alle Introvertierten, nicht für alle Extrovertierten. Also steht fest, Introvertierte können nie wirklich glücklich sein, weil es die Introvertierten ja gar nicht gibt. Aber du persönlich kannst bestimmen, was du unter Glück und Zufriedenheit verstehst. Und vor allem kannst du persönlich entscheiden, wie ernst du es nimmst, wenn dir jemand verspricht, eine einfache Antwort auf die folgende Frage zu haben. Was macht uns eigentlich glücklich? Was macht uns eigentlich glücklich? Was macht uns eigentlich glücklich? Was macht uns 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 glücklich?